Hallihallo und herzlich Willkommen, wir spielen eine Runde Lego mit TTT. Mit Cyberbot. Hallo. Dem Wadda. Ne, da weigere ich mich. Dem Stay. Dem Echse. Hallo. Und die Nao. Hallo. Weißt du, was jetzt noch gefehlt ist? Ich würde sagen, den Test aber wir wenden wir jetzt nicht wieder so oft. Irgendwie da ein bisschen. Das SS eskaliert sonst. Hallo. Mein Name ist Lukas. Willkommen zu Lego Minecraft. Sowas ehrliches habe ich eigentlich auch zuerst gedacht. Aber naja, gut. Lass wir das machen. So, wir stehen jetzt ohne Test. Das Ding ist aber, dann dürften wir nicht, keine Ahnung, Reaper oder so heißen, sondern wir müssten XXX Styler 2005 LP XXX HD heißen. Ja, warum diese mega vielen Xen? Weil diese ganzen kleinen Kinder das immer so machen. Weil es cool ist oder wie oder was? Ja, ja. Oder 1-1 Ausrufezeichen Ausrufen Zeichen 1-11. Ne. Ja. Ich zünde dir die Kanzelstation an. Oh, nicht. Du kaufen. Oh, nicht. Flieg. 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 Ja, ich hätte schon längst wegschnipen können. Wer schießt denn da? Nee, stay schießt! Stay! Stay! Was zur Hölle geht hier ab? Das erinnert mich an dieses eine Video, Backfest. Der lebt noch, die stehen hier beide rum und sind demnig bei Palmen. Ach Leute! Bisschen Ding! Bisschen zumindest? Joa. Bisschen aber glaube ich weg, wenn er gerade mit geballert hat. Nee! Gibt es die Mediode? Ah, ihr fährt ein Auto! Das ist... Ich wurde fast überfahren! Das ist... Leg! 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 Oh nein! Ein kurzer Kotz! Bis gleich! Oh, es läuft wieder! Was ist denn los? Ich... Hör auf! Mann! Wieso? Ich hab ihm Leg gedrückt! Lass mich mal ausreden! Und wieso tötest du den dann? Weil ich ihm Leg und den gezielt habe und er sich genau mit der Gäste bewegt hat! Oh mein Gott! Cybermon hat sich sehr getötet! Alter! Was zur Hölle? Ja gut, ich würde sagen, wann der auch immer Inno ist! Hilfe! Es ist einer im Traitorraum drin! Einer im Traitorraum? Kann ich hingehen! Nein! Nein! Also ich bin fast überfahren worden! Ja! Es war ein sehr verstörendes... Ich hab 7 HP! 7 HP? Das könnt ihr doch später klären! Komm rein in deinen Traitorraum! Besser drin! Seht ihr hier Starobots? Hm? Hm? Warte, ich überwache den einen Gang hier! Der kann auch hier auch aus der... Dings Station hier kommen! Hier ist doch auch... Er ist eben noch 2 Traitor, nur mal so! Ey, Exe! Einer davon? Was? Bist du? Bin ich! Ja, siehst du! Aber wo bist du? Der andere ist Reaper oder was? Oder ein Abo? Ja, ja! Also ich denke eher Reaper! Es ist... Du weißt schon, dadurch, dass du dich jetzt grad... Enttarnt hast... Würde ich echt auf dich schießen, wenn ich dich sehe! Also nicht wundereinander! Wieso? Ich? Nein! Ich hab mich doch nicht enttarnt! Bin der Letzt! Ach, plapp, plapp! Jetzt ist doch gelogen und erstunken! Ich leck rum gerade! Nee, andersrum! Erstunken und erlogen! Ich hab eh gleich! Also von daher... Meinst du? Ach da! Ach komm! Sieben HP nur noch! Oh no! Okay! Aber der Exe lässt mich mal erklären, dass es zu behindert! Cool! Ich drück den Leg! Und dann kommt genau den Leg in die Schussheit! Ja, du wartest schon weg! Wieso drückt's auch in dem Leg? Mist, der war mal Damage! Weil ich davor unter ihm geschossen schießen wollte! Weil er vor mich angeschossen hat! Wenn er da eben bleibt, dann steht! Und dann... Ja, ne? Overkill! Wie soll man da gegen anstinken? Kann mir das mal gar nicht anders raten? Ja, ne? Was hast du? Der Degel! Nee, leider noch nicht! Okay! Ich hab'n USP! Übertreffer! Oh ja! Immerhin! Die beste Waffe! Ganz schön! Boah, Alter! Kann ich mal den AW haben? Obwohl, nee, nee! Das ist immer noch eine ganz akzeptable Waffe! Es gibt Schlimmere! Die P228! Oh ja! Ja, das wäre die Überkill-Waffe! Das wäre die Überkill-Waffe! Das heißt, bei mir 228! Das heißt, dann wäre ja auch... USP in Knöchel? Wann war das? Das wäre die Überkill-Waffe! Was mit USP? USP in Knöchel? Nee, ich hab'n USP in meinem PC drin! Vorne drei Anschlüsse und hin nicht sechs! Für das sind noch hoch! Stay shop! Warum nicht? Darum! Das ist mein Haus! Mein Haus! Mein Block! Meine Navo! Nee, das ist eine Shopping Green! Nein! Na! Na! Nee, ist AFK! Was ist denn das eigentlich für ein Belag hier auf der Pizza? Keine Ahnung! Ich will seine Beine zerstellen! Sieht irgendwie ekelhaft aus! Oh, er hat getrocknet! Jetzt ist ne ein Krüppel! Okay! Kann man auch so sagen! Ja, ist klar! Ach nee, wir sind mal nicht böse! Ich habe die Beine weggeschossen! Deswegen! Ja, wir hätten jetzt fragen können, ja wo ist denn der Unterschied zu Sonnen? Ja! Ja! Das war jetzt aber gerade gar nicht lustig, ne? Heya! Wow! Deswegen habe ich ja gesagt das! Ich habe es aber auch nicht interessiert! Ich habe das heftig empfunden! Oh! Oh! Das geht nicht eigentlich schon wieder ab hier! Es ist jemand im Trailerum, würde ich sagen, dass ne AFK ist! Ich bin hier oben noch! Ich lauf generell in der Parkarage rum! Du läufst unten herum! Du läufst unten herum! Okay! Das heißt, du könntest es gewesen sein! Wenn du nicht oben bist! Der war hier nicht ein toter Reaper! Als T! Ähm! Okay! Dann hättest du doch im Chat stehen müssen! Oder nicht? Ne! Der Kill wird nicht angekündigt, anscheinend! Naja, aber da ist ein toter! Ne, der hätte sein Kollege im Chat stehen müssen! Slay ist AFK! Das heißt, du, ich oder Wanwan müssen es sein! Wow! Ja! Wow! Geil! Du bist kein Trailer Slay! Du hast AFK! Du hättest es nicht gewesen sein können mit der Rakete! Du willst schon mal Proven werden! Achso, lief das? Ja, war doch noch! Ja, der Trailer hat seinen Kollegen mit der Rakete getötet! Okay! Du konntest es nicht gewesen sein, weil du AFK warst! Ne, Sarbot bin ich mir nicht sicher! Ich glaub, er ist es Wanwanwan! Bei Cyber habe ich jetzt gar nicht oben gesehen! Okay, könnte auch Wanwanwan passen! Ja, ich geh jetzt mal nach unten durchgucken, Exe! Falls ich bin, bin ich unten gestorben! Hier ist ein Messerabdruck! Messerabdruck? Du meinst mal ne Messerspur! Ja, ne Messerspur! Die hört hier auf! Ne, oder die kommt von hier! Ne! Die hört hier auf, dann verfolgen wir sie zurück! Müsstet ihr hier doch irgendwer erstochen worden sein! Hier oben auf dem Dach, oder? Also hier unten, hier unten ist noch keiner, Exe! Außer wer im Teeraum, aber... Na wo ist aber gestorben? Von Reaper stochen, also... Also wenn der, wenn hier unten keiner ist... Dann ist damals da ewig verschwunden! Hier unten ist keiner! Außer wer im Teeraum, Exe! Ich war oben! Ja, aber unten ist keiner! Nein, ich hab grad durchgehauen! Außer er würde noch im Teeraum hocken! Wann war ne! Weil da könnte er gar da auch noch im Teeraum hocken! Ne, ich war wie gesagt die ganze Zeit auf Karl! Da konntest nicht gewesen sein! Ja, ist das klar! Und ich glaub, der hockt einfach noch im Teeraum rum! Komm, warte, war es doch langweilig! Ich komm raus! Eine Reaktion! Kannst du mal testen, damit wir auch so schalten, dass du... Endung bist! Ich kann auch gern testen! Wenn wir leider testen, das ist egal! Stay ist ja eh proven! Aber komm, teste du mich mal! Ja, Stay! Drück den Prove-Knopf! Improven! Dann geht... Friendship! Wer war das? Cyber, oder? Nein! Ich bin einfach grad gar nicht zum Testen gegangen! Wegen dem Friendship! Wer hat dann grad Snail weggeschossen? Ich weiß nicht! Was hast du für ne Waffe? Eine AOG! Dann warst du das! Nein! Geh testen! Weißt du, es gibt nur eine AOG auf der ganzen Map! Geh testen! Geh testen! Geh testen! Du warst eine Taube! Nein, hab ich nicht! Da warst du! Oh fuck! Das war eine dumme Idee! Oh fuck! Das war eine dumme Idee! Du bist so ein Bop-Bop! Dein Ernst! Wir haben so kranken... Mir kam so kranken... Mir kam so krankenwagen gegen den... Dann... Damm! Ähm... Wie war das so... Wann war das grad so schön geschrieben? Five minutes ago! Wir spielen ohne Tester! Aber ich find's so richtig witzig! Ich bring Slay einfach um... Und er doch so... Alter, wer hat Slay jetzt umgebracht? Ja! Was zur Hölle passiert? Du warst mir nicht zuhundertprozentig auf, du den Friendship geschossen hast! Ja! Ich dachte in der Tester... Da kam er mal angeflogen! Ich fand das so witzig! Keiner sieht anscheinend den Tester! Ich mein, ich wollte dich auch mit dem Deathboard umbringen! Ich hab ne Sex gewürfelt! Brauchst du? Ich hab auch da mit dem 2 oder 3 oder 4! Äh... Alter! Weißt du... Weißt du... Das war eigentlich dein Kredit verschwendet... Lieber für Deathboard... Und das dann funktionieren! Ja, aber wurden geschossen! Was? Was war mit Kredit? Den Kredit den ich von dir bekommen habe! Weil ich gehst du für den Deathboard umbringen! Vielleicht dachte ich mir vielleicht Glück! Nein! Ich denk's nicht! Ja! War auch irgendwie... Hättest du mich vielleicht wiederbeleben können! Wäre lustiger gekommen, glaub ich! Also ein Abo versendet gleich, glaub ich! So lange wie sind der gerade im Funkturm stand! Ja! Oder sie shoppen! Hey! Die shoppt über Funk Internationales Taylor Shopping! Ja! Ich muss doch neue Schuhe bestellen! Wir wollen dir jetzt die ganze Runde! Ich bin dein... Ich... Ich hab dich als Bänder! Jaja genau! Du hast mich als Target! Pam 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 pam! Dö dö dö! Ich bin die Leiter... Die sind... Machen die jetzt eigentlich! Ich bin kurz zu Nola Ola Tanz! Dö 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 dö! Auf den Boden geschossen, ne? Ach man sich... Was hast du da in der Hand gehabt, Reaper? Was war das? Nein! Wollste! Hier! Ja klar! Es sah wie Feuerbarie aus! Die... Mann! Das hättest du gehört, ey! Mach mal die Ohren sauber, Alter! Ach so, ja! Dann war es besser, Alter! Egal! Komm so! Tschüss! Ich geh jetzt nach unten! Doch ich komm mit! Ich glaube das ist nur präventiv das zu nehmen! Oh ja, stimmt! Hm... Ich bin gleich auf einmal in den Raum, ne? Mach doch am Arsch! Wäre lustig, wenn wir gleich alle mal im T-Raum wären! Äh, Reaper ist... Ja, ein Shader öfter! Ähm, ich bin im T-Raum! LOL! Ich auch! Ich erschieß den über... Oh, Reaper ist so... Mach auf! 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 Ach du bist... Du hast ihn gekillt, okay? Ja, ne? Ich löse mal die Fallen aus, okay? Lavo oder Snail sind schon, okay? Ne, was hast du in der Hand? Wow! Es ist rein! Body, 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 Body! Oh! Scheiße, Mann! Ey, jedes Mal aus solchen Aktionen ist direkt einer hinter mir! Ich bin doch reingekommen! LOL! Ich bin jetzt gerade hier reingekommen! Ich bin jetzt gerade hier reingekommen! Ich hab dir die Tür aufgemacht! Durch den weißen Knopf! Ja, von dir dreifeln! Aber wie bist du reingekommen? Wann war... Durch Weeper! Von oben? Ne, die Tür war offen und ich bin hinterher gelaufen! Ich bin auch hinten reingekommen! Ja, offen, die war offen, ja! Ja, ich hab doch noch gesagt, ich bin plötzlich im Teeraum! Ja, ich stehe jetzt... Ich stehe jetzt drinnen und guck so Reap an! Alter, was macht er denn hier? So, auf einmal... Auf einmal ist die Tür offen und ich hab nix mehr geschehen! Oh, schön! Du richtig krank, Alter! Oh, herrlich hier! Aber lass ich mir das Sorn auf nicht gekillt mit One-Shot! Rick take Curling! Heiko Curling! Aber wer spielt Curling? Was? Heiko Herrlich, hab ich gesagt! Also, irgendwie hat heute jeder was mit dem Ohr an, glaub ich! Ja! Ja, ich glaub auch! Ich mein, ich mein... Entschuldigt! Boah, jetzt ein Schweineohr! Was? 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 Kennt ihr nicht? Ich bin schon mit dem Sorn aufgeschossen von! Snail hat mit dem Sorn auf mich geschossen! Ihr kennt doch Schweineohren, oder? Ja, für Hunde, ja! Nein! Für Menschen diese, diese Blätterteigdinger mit der Schokolade vorne drauf! Ich hab Angst, ab dem Haus! Achso, oder? Ich hab Angst, ab dem Haus! Euston, we have a problem! Ja, ich hab Angst, ab dem Haus! Ach, ich war jetzt noch unten gegangen! Oh, Euston! Das Ding kommt mir auf mich zu! Blips, wie noch was war! Ich lebe noch zu gerade! Ich hab verkrochen vor einer Exklusierung da oben! Achso, ich... Ja, ja, Cyberbutt ist es... Ich hab... ...äähhh, Snail gesehen, Cyber ist es... ...oder Nao! Ja, Cyber ist auf jeden Fall... Ganz kurze Erklärung, warum? Das war wirklich random, das tut mir leid. Alter, es kommt schon mal, wenn ich immer das aufzolle. Das ist auch ne Geschichte. Ich lege jetzt für den Traitor etwas in der linken Ecke, wenn man hochkommt, hin. Nein, das kann man nicht ablegen, das ist fies. Du hast Def noch genommen. Ja, ich hab das aufgenommen. Dann kann man sich selbst aussehen. Das war semi-random, weil Slay ist runtergelaufen, das wusste ich. Und Cyber war der Einzige, der unten war. Ja, ich hab mal gesagt, ich bin runtergegangen, weil da oben alles hochkommt. Ja, ne, das bist du nicht. Von der anderen Seite? Machen wir gleich, machen wir gleich. Von der anderen Seite? Hallo? Keine andere Seite, es gibt nur diesen Eindruck. Da gibt's doch die Leiter? Rauer jetzt, du bist tot. Du kriegst mal ein. Du bist selbstproven. So liegt dir jetzt noch was? Stellt dir die Frage, hatte er das jetzt aktiviert oder nicht? Ich gehe davon aus. Ne, ich meine die Falle. Die Falle. Ich denke mal, ja. Ja, ich denke mal, er war's. Irgendjemand hatte gerade was gedrückt. Oder war ich das selbst? Wen nehme ich denn jetzt mal? Ich kann mich auch selbst nehmen und dann... Echt? Das geht? Keine Ahnung, hab mal gemacht. Wenn du dich selbst nehmen kannst, wer stand nicht in der Liste. Nur die Cheater stand nicht in der Liste, deswegen. Aha. Reaper, Reaper, sprich mit uns. Sag doch die Riesenworte. Reaper! Nein! Nein! Wer stand denn nicht in der Liste, Reaper? Wer stand nicht in der Liste war, sag es uns. Naja, rennt zu. Weg, Reaper! Weg! Weg! Rennt zu dem, der es nicht in der Liste war! Snell! Er war nicht in der Liste, oder? Ich weiß nicht, ob ich Reaper vertrauen kann. Er war inno, ja. Aber stellt sich jetzt die Frage, ob das ernst gemeint war oder nicht. Also ich trauß Reaper zu, sagen wir's mal so. Ich glaub irgendwie nabo ist es. I see ya. Ey, was hattest du gerade von der Waffe, Snell? Ist hothaft. Der hatte gerade ne... Silent Sniper... Ne. Hä? Ich glaube nicht. Der sah grad voll wie ne Silent Sniper aus, zwischenzeitlich. Scheiße. War kein Deathwinger, ne? Scheiße. Ja, der war schon tot. Der war schon lowlife. Ich hab ihm Nose-Cup-Headshot geschickt. Ach, jetzt wollte ich gerade sagen, bist du Pusel, aber... Ich fühl mich jetzt total scheiße. Ja, komm. Ich nehm die Leiche mit. Ich mach jetzt gar nichts mehr. Ich spiel jetzt mit der Leiche die ganze Runde. Hi. Hallo. Ich denk nabo ist es 100 pro. Ja, die steht sofort. Ich denke auch. Also... Du denkst auch? Wo der Nabo müssen es sein? Das weiß ich schon. Ja, es leben ja auch nur noch 3. Ja. Ich bin hinter dir übrigens, mit der Leiche. Wo ist Nabo hin? Äh, die war hinter mir. Also bei den Bäumen. Wir gehen jetzt alle 3 hier in die Mitte. Alle. Nabo, du kommst auch. Wow. Keine Widerrede. Ey. Okay, es ist Nabo. Meno. Wo? Ähm, bei der Polizei oder was das ist? Beim Krankenhaus? Ich kann's nicht genau sagen. Ich hab nicht so viel Lego gespielt. Meno. Ach, ist tot. Ah, nur. Oh, yeah. Der Headshot. Nein, Sam, hast du nicht. Doch. Ich wollt wenigstens, dass du auch die Geschichte erzählst. Ja, das ist endlich. Ich darf nicht nur noch was erzählen. Nein, du musst doch gehen. Nein, du musst doch gehen. Nein, es kam direkt die Explosion. Nein, du hattest heute Sorn auf die ganze Zeit. Das gibt's in Leid auch noch. Äh, 15. Alles klar. Also. Nae, wozu hast du denn die Waffe zwischensseitig gewechselt? Auf einmal hatte ich nur irgendwas, was den Bauch umgebackt hat. In der Hand. Das war wie der Silent Sniper. Hexe. Ja, ich weiß es nicht. Echt, also, was auch immer er für Halluzinationen hat, Snae, ne? So manchmal, wüsstest du ihn einschläfern, ne? Lass die Drohung weg. Mist, Herr Lüß. Lass die Drohung weg. Hänger weg von dem Droh. Der sieht echt überall irgendwas. Nur nicht das, was er sehen soll. Das sieht er dann nicht. Das sieht halt jedes Spiel. Die ersten Leute eskalieren schon. Und das obwohl Johnny gar nicht auf Sabas. Das mit Rocket League, da war nix besonders. Da hast du irgendwas behauptet, dass... Was ist mit Johnny? Hallo Navo. Hey. Was? Warten wir, was ist mit Johnny? Ja, irgendjemand eskaliert mit der USB und sonst ist das immer Johnny. Das ist ja nicht. Was haben wir denn hier? Legosteine. Darf ich euch eine Plasma hochwerfen? Nein. Nein. Nein, darfst du nicht. Verboten. Okay. Plasma. Nur eine Sache zwischen uns. Nja. Wow. Und dann. Und dann tue ich in der Disco, werfe ich die hoch. Das? Nein. That escalated quickly. Ich habe gesagt, keine Plasma. Wenn ich in der Disco hochwerfe, ist es nicht keiner Plasma. Oh. Manger. Ja? Oh, ich bin gleich tot. Achso, Rund ist eh vorbei. Ich habe noch nichts gemacht hier. Ja. Nee, du stehst auch noch weiter weg. Dann plassst du da am Kopf. Ah. Weißt du, ich war mir gerade noch irgendein Plan am Ausdenken, wie ich die alle umbringe und dann sind sie schon halt tot. Ja. Frag doch mich mal in der Vorregelrunde. Jetzt nehmen alle irgendwie... Könnt ihr doch überschauten. Doch, konnte schon. Das ist praktisch. Wenn sie alle auf so einem Gebäude dacht sind. Ja. Und Navroker verkauft die zu gutem Preis. Ja, eben. Nicht, wenn meine Headshots die Füße treffen. Muss doch irgendwie mein Weihnachtsgeld kriegen. Äh. Headshot ins Knie, ne? Äh, ja. Dann sind es schlecht Headshots. Wann war der Headshot ins Knie? Ja. Ja. Das ist mein Motto. Verscheidet zwischen guten und schlecht Headshots. Oder Headshot ins Knie. Das ist dann so ein Wander-Headshot. Du meinst zwischen... Headshot. Und normalen. Hahahaha. Ultrakill. Hahahaha. 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 Ich lauf gerade geradeaus. Hahahaha. Ich lauf gerade geradeaus. Was? Du hast keine... Nicht mit Beliebten um die Ecke? Hahahaha. Ne, ne, ne. Diesmal nicht. Er sucht doch den Knopf. Hahahaha. Hahahaha. Nicht das, aber... Hup, hup. Hahahaha. Hahahaha. Na der ist gut. Hahahaha. Hahahaha. Kam bei mir damals sehr oft, wenn ich an Returnal gespielt hab. Hahahaha. Hahahaha. Ich riech die ganze Zeit Black Ops frei gerade. Hahahaha. Schwart. Und danach kam ja dann nur noch... Holy shit. Holy shit. Hahahaha. Auf Deutsch hört sich rum. Das ist so geil. Cyber, was hattest du da gerade in der Hand? Der Rifle. Davor der SG. Was? Das sah aber irgendwie so aus, als hättest du zwei verschiedene Sniper in der Hand. Wanwar geht immer noch am Einkaufen. Ja, ja. Deswegen. Ich dachte hier wär... Huch, das war knapp. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das sah komisch aus. Bist du rum rum? Wanwar ist doch... Haha. Wanwar ist tot? Die Ausgabe. Nein. Hättest du für andere Sachen wissen. Block, block, block. Ja, wer ist geblockt auf. Nein. Wunder mit dir. Ich schieße dir in den Knöchel. Ich schieße dir in den Knöchel. Ich mahne dich. Hä? Hey! Was? Ah! Ich glaub's der Traitor. Alter, Sni war voll am Einkaufen hier. Der war auch eben im Traitor-Raum. Ich fahr jetzt los. Ich bin auf dem Dach. Ich lauf runter. Ich ermorde. Hey, no, identify. Hier, warte mal, warte mal, warte mal. Wenn er so... Ist das nicht hier, wo er rauskommt? Hey, ne. Da ist der irgendwo خopp repot hat. Ah, hier. Hier komm ich grad hoch. Ah, hier komm ich koch! Der kommt doch nicht hier hoch, der kommt ja da vorne hoch jetzt. Ja wir müssen irgendwo so ein schwarzer platziert. Da, da wo du grad hochkommst, das ist der zweite Eingang, da hätt ich reingehen können. Ich weiß gar nicht wo der Traitor alles ist, ich bin verwirrt. Der ist im Dead Ringer. Leute ich bin verwirrt, wo ist eigentlich der Eingang? Beruhigt doch mal alle, der kommt gleich eh hoch. Da war's im Dach und hier die ganze Schalte da wo da drunter ist der Eingang. Ja aber hier ist ein Label drin. Da bringt der ihn um, beruhigt euch rein und werdet nicht gleich wild, ihr wisst, dass er Traitor ist. Und wenn ihr seht... Na Vorka ist Tee, die hat gerade ne Turtle gemacht. Na Vorka ist Traitor, hallo. Bin ich gar nicht. Es fliegt, es fehlt. Kriegt man! Ich konfirm mal. Na Vorka ist die andere ne? Wir haben mitbekommen. Nein. Hat Wanva gerufen. Na Vorka hat Turtles geworfen, hat er gesagt. Ich hab aber keine Turtles geworfen. Ja klar. Ich hab mir fest vorgenommen nur noch Bananen zu werfen. Komm Reaper, wir holen uns die beiden. Reaper kann's bestätigen, nur noch Bananen. Ja, das ist klar. Dann hast du halt Turtles, äh, Schildkrötenbananen geworfen oder was weiß ich. Irgendwas, keine Ahnung. Wo hat er das hier getarnt? Das sind verkleidete Bananen, okay. Ihr habt nicht erwischt. Jetzt kommt doch mal hier beide, hier, jetzt kommt doch mal beide hier her. Nö. Ich bin auch hinter der Hexe. Meine Hexe! Er lügt einfach mal. Das war ein bisschen schlecht. So schlecht. Lass uns zusammenbleiben Reaper. Reaper. Wo bist du? In der Mitte. Cloaking Device Snail ist getarnt. Welches? Permanentes oder das Normale? Das Normale. Ich glaub ich hab gehört. Na na wo schießt zurück? Gar nicht wahr. Würde ich nie tun. Na wo hab ich? Ach du bist das, du bist das. Ich hab'n bloody. Und ne Plasma-Aid zu. Denk an den Glock in die Weiß. Exer Reaper ist das. Er verarscht dich. Darf ich kein Wort. Ich töte einen Traitor und ich bin. Ist klar. Er verarscht dich nur. Er verarscht dich nur. Äh, Eingang zur Tiefgarage. Nein da. Nein. Da verarscht dich. Dead Ringer. aufpassen ist er runtergelaufen weiß ich nicht das aiming ja das ist aber ein bisschen daneben geworfen ich hab dir da vollen hat er schon gegeben. ich hab nur noch 8 den live gehabt ich bin bis auf den krankenwagen über den haufen gefahren, was soll ich denn sagen? 22, nö nö, ich war eigentlich immer weg von der krankenwagen, alle die besoffen sitzen hier bei der ambulanzeute. gott total breit wie typen. gott das will von denen hat mich nicht ins Krankenhaus fahren da sterb ich ja nochmal du sterbst auf dem weg dahin Nein, beim Abholen und beim Zurückfahren. Die hol' dich ab, überfahren nicht. Beim Zurückfahren fahrt sie in den Bauern um. Verdammt. Nein, ich hab nix im echten Weg. Ach ne, nimm's Zauber, mein Ego, der Ego. Ja. Ja, ne? Jetzt sind alle ruhig. Alter, Alter, weißt du, alle so tausend Echse, achte was rauskommt. Swell, ballert schon wieder auf mich hier. Ach, ne? Weil ich nicht einmal Traitor war bisher. Und dein Score? 2. Ist auf jeden Fall besser als 1. Warte, warum hat er uns Traitor? Warte, 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 warte. Ich hab 18. Er 2, wir haben 18. Ach, so Weeper. Ach so Weeper. Nein, weeper, machst du jetzt irgendwas so eine Verteilung zu sagen? Au, ich werd' erschossen. Ja. Wow. Oh mein fucking Gott, der krankwagen. Ahhhh. Oh, Echse ist tot durch den Hubschrauber. Mindestens. Oh. Ähm. Ja, ne. Wann war? Was machst du? Ne, ich kann es ja nicht sein. Ist ja Reeper. Aber ist ein Tee tot? Ja, Echse. Den trage ich hier gerade davon. Wann war? Wenn du den jetzt bitte nicht wieder übernimmst. Nee, nee. Wieso sollte ich den wieder übernimmst? Ich bin Inu. Warte, ich bin doch geschossen. Alle außer Reeper sind Inu. Wann warst du von dem Haus davor? Was für ein Haus? Ja, denn nicht du, ich mein Reeper. Waaaah. Oh. Was? Zur Hölle. Das war Glück. Okay. Oh, klick, klick nicht gut. Komm, raus. Gib doch mal Ansagen, wo du bist. Da ist bei der Pizzerierende irgendwo da unterwegs irgendwo. Oh, Pizza. Jetzt ne Pizza. Ja, du, wann bist du bei neben mir? Bei neben neben mir. Da ist er, bei der Tankstelle. Bei der Tankstelle. Ja, pass auf nicht, das ist gleich expediert. Wo links, ich rechts. Wo links, du hast du rechts. Wo links, du hast du rechts. Ums Haus rum. Er trinkt. Dann sehen wir nichts. Oh Mann. Sehr schön. Ich bin grad im Krankenwagen ausgewichen, auf einmal, ich gehe dann auf die Straße. Auf einmal kommt der Helikopter. Nein, ich bin nicht auf die Straße. Nein, ich bin nicht auf die Straße. Nein, ich bin nicht auf die Straße. Schade. Dann kommt der Helikopter. Ich musste Snail neutralisieren, der war hinter mir her. Oh Mann. Hey, wir treffen auf Ukraine, Polen und Nordirland. Was? Achso. Achso, jetzt schon ausgerechnet. Ja, wollen wir nicht mehr sein. Das ist Fußball, wir sind Nerds. Hallo. Das ist Sport, wir sind Nerds. Sport ist Nerds. Das ist in der Sprache nur. Vielleicht. Warte, war ich aber auch sehr witzig. Ich dachte so, Echse wäre so inno. Ja, ne. So, wieder zu. Wie sich täuschen kann den Menschen, ne? Ich dachte, wer da ist, yo. Aber siehst du gar nicht, wärst du mit dem Krankenwagen aus dem See? Fuck, 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 fuck. Hallo, Echse. Tschüss, Echse. Wie bei den Krankenwagen haben wir so nichts zu tun, dann halten wir die da. Ich wollte aber nicht geschafft. Ich hab ekrisch hier so nahe Schüsse bei dir. Echse? Ja. Du hast doch gerade beim Runtersprung auch nicht bezielt. Ich hab geschossen. Das war hier in der Runde bis inno schießt. Ich könne mir das bei Nebenleuten mit Angst zu jagen. Hallo, Snail trifft mich gleich noch. Mit so'n Quertchen wie'n Jäger. Was tut denn auch noch ein bisschen zu tun? Oh, Aua. Ich hab' den Schirr rauf'n. Warte, ich mach' dir die Hälfte. Ich mach' dir die Hälfte. Bist du nicht rum? Bist du nicht rum. Ein bisschen. A bisschen. der hat auch nur fast 300er ping was ist lecknisch rum, x-selektierung der fliegt hier rum zu 266 als ping, ne läuft doch ach das ist nicht so nix aus irgendeinem Grund er geht keinen Sinn weil ich ne ne Kabel hab das darf auch n ja gut wenn man ein Kabel hat wann wollen wir mich töten wann wollen wir mich töten will ich auch wenn ich tot bin ist es wann war uns ne ich hab noch keiner aus der Exo heute gesehen also in dieser Runde oh da hinten sterben sterben Menschen Stirben ist auch ein gutes Wort stirben? stirben wow eindeutig ne andere Waffe andere Waffe andere Waffe andere Waffe immer bedenken wenn wir über Tod ist es wann war ja was wolltest du sagen Cyber du Penner na wo na da man wollt du doch einen T-Raum man man ja ich hätte stehen bleiben sollen wo ich da war ja miau ich stand so perfekt da hab ich nicht mit dass ich da wär ja 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 keine Taube oh taube P228 will man na wenn das nicht mehr Power ist oh das sind Diebel nicht ne 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 na lobe ich man auf den Deal ach ich fand das sehr schön man gönnt sich ja sonst nichts ne erohne du ne das sich nicht nötig 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 Ich finde auf jeden Fall, Snake kriegt den Preis für die beste schauspielerische Leistung. Besten Sterbegeräusche eindeutig. Ja, Snake ist grad vor der mir vorbeigelaufen. Ziemlich blure Mensch. Hab ich nicht gesehen, Snake, oder? Hier läuft Musik. Warte die Taschenlampe aus, hier ist meine Dunklenke, nicht deine, ich bin Batman. Ich bin Batman. Ich bin Batman. Warst du unten bei dem Treterraum? Nein. Beim Treter? Ja, bloß Abtreter. Das ist mein Geheimnis, wie ich hier hochgekommen bin. Ich weiß gar nicht, wer es war, aber irgendjemand hat Socken entwickelt, die extra dafür da sind, dass das Drauftreten auf Legosteine nicht so weh tut. Ja, das ist so. Das ist so. Ja. Das gibt es wirklich. Warte, 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 was? Socken mit was? Socken, die dafür gemacht sind, dass wenn du auf Legosteine trittst, das nicht so weh tut. Kein Ernst? Aber das ist auch eine Marktlücke, die musst du auch mal finden, diese Marktlücke. Ja. Das ist sehr wichtig. Genau richtig. Weißt du, wie schwer es auf Legosteine sind? Ja. Oh nein, die Pizza ist runtergerollt. Nein. Hubschrauber! Wow, nein! Na wo kam er nicht? Na wo kam er nicht? Oh, ich bin nach vorne, bin ich im T-Raum. Nee, ist das auch nicht. Nee, ist auch nicht. Oh, Navo ist gestorben, sehe ich hier gerade. Nee, ist nee mir... Nee, Snay ist das. Das ist Snay. Ich hab' das Reap oder Bann war hier gerade unten drin. Ich hab' gar gesehen, wie Navo wollte gerade weggesnipet, hab' ich gerade gesehen. Hey, entweder Reap oder Bann war sind Snay unten drin. Snay ist explodiert durch irgendwas, keine Ahnung. Ja, trotzdem, entweder Bann war oder Reaper sitzen hier unten drin. Die Banan-Boppel kam nicht so geil. Spare Tür auf, die Reaper ist tot, ich bin eh noch. Nicht mehr lange. Ach, dein Ernst, jetzt! Aber ich hab' dich noch gekillt, das zählt wieder. Hast du die Z-Bisschen losgelassen, dein Ernst? Ich hab' die Zombies losgelassen, ja. Und wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder. Ja, und bis dahin, dann tschüss! Tschüss!